Na, wie geht es deinem Bein so? Äh, prima, prima, ging nie besser. Gut, wie wär's, wenn du's mal belasten würdest? Äh, sehr gern. Ja, ja, oh, das ist gut, das fühlt sich gut an, voll belastbar. Tut mir leid, Thunder, ich muss dich aus dem Weg räumen. Wie geht's deinem Bein, hä? Wie geht's deinem Bein? Machen wir einen Rennen? Ha?